Ich zeige euch heute mal, was wir alles so bieten und gehe einfach mal ein bisschen rum und erzähle euch ein bisschen was dazu. Hier kommen wir in unsere großzügige Obst- und Gemüseabteilung. Da gibt es nämlich was richtig Cooles, was wir gerade erst frisch erworben haben. Deutschlands beste Obst- und Gemüseabteilung 2023, da sind wir mächtig stolz drauf. Und da haben die natürlich einen großen Teil mit beizutragen. Was das ausmacht, ist eben dieser Hofladencharakter mit dem vielen Holz und unserer riesigen Bedienungsabteilung. Hier hinten haben wir unseren Backshop, der in Bedienung ist, und unsere Fischabteilung. Unsere großzügige Fischabteilung, auf die wir sehr stolz sind. Wir sind sehr bedacht darauf, unsere Öffnungszeiten möglichst human zu halten. Montag bis Freitag 8 bis 20 Uhr und Samstag ist hier auch um 18 Uhr, fällt der Stift. Das heißt, jeder, der Samstag noch los möchte, kann natürlich auch losgehen. Und hat noch genug Power und Energie, um Samstag nochmal richtig durchzustarten. So, und wie ihr seht, haben wir eine riesige Tresenfront, die jetzt schon so überfüllt ist, dass ich hier gerade nicht mal lang gehen kann, bieten alles von Grillfleisch, von Wagyu, Rindern bis regionales Fleisch, ist alles vorhanden. Hört auch nicht beim Fleisch auf, geht bei den Wurstwaren genauso weiter, als auch unsere riesige Auswahl an Käsesortiment, Antipasti und Feinkost. Was du sicherlich auch so empfinden wirst, ist die Weinstube. Hier mit unserem riesigen Sitzbereich, jetzt unseren Damen, die hier gerade alles vorbereiten, denn um 12 ist hier riesiger Ansturm und dann sind hier alle Plätze voll bis zum letzten Platz und dann ist hier noch richtig Power drin. Und wenn du Bock hast, da mitzumachen, dann kommst du uns ins Team, weil wir haben hier noch einiges vor. Geile Vorteile sind, du bekommst 36 Urlaubstage, du kannst dich hier frei entfalten, du hast Aufstiegsmöglichkeiten ohne Ende und wenn wir alle an einem Strang ziehen, dann wirst du hier auch richtig Karriere machen können.